Seit über einer Dekade flimmert die TV-Großfamilie die Wollnys bereits über die deutschen Mattscheiben. Doch nun könnte die Ära des Familienclans ein Ende finden. Denn wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sinken die Einschaltquoten der Kultserie auf RTL 2 immer weiter. Demnach brachte die Doppelfolge zum Start der neuen Staffel Anfang März lediglich 600.000 bzw. 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dazu, einzuschalten. Damit kam Folge 1 zwar immer noch auf 4,4% Marktanteile beim jungen Zielpublikum, Folge 2 rutschte dann jedoch auf nur noch 3,1% ab. Besonders brisant, auch die vorige Staffel rund um den Wollnys-Clan soll schon deutlich hinter den Erwartungen des Senders zurückgelegen haben. RTL bestraft schlechte Einschaltquoten regelmäßig, zuletzt traf es ein Kultformat. Wird es den RTL 2-Machern jetzt also zu bunt, dass der Kölner Sender nicht davor zurückschreckt, schlechte Quoten zu bestrafen, hat RTL immerhin unlängst mit der Degradierung von Schwiegertochter gesucht bewiesen. Und das, obwohl sich zumindest noch eine knappe Million Zuschauerinnen und Zuschauer für das kultige Kuppelformat interessiert hatten. Auch die Marktanteile sollen derweil bei etwa 6,7% gelegen haben, und damit deutlich über denen des Wollni-Clans. Droht der Großfamilie damit das TV aus? Durchaus möglich. Allerdings ist auch klar, die Doku-Soap hatte zuletzt mit starker Konkurrenz auch aus den eigenen Reihen zu kämpfen. Denn parallel zur Wollni-Sendezeit wurde auch die Bachelors ausgestrahlt, und damit eine echte Premiere im deutschen Fernsehen gezeigt. Immerhin gab es zwei Rosenkavaliere gleichzeitig noch nie zuvor. Untertitelung des ZDF, 2020